hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Let's Play und heute haben wir auch einen Gast dabei den lieben Itachi haben wir dabei und ja es geht direkt los nein 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 Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen sehr hilfreichen Mensch grüßen und zwar den lieben Alex oder wer ihn auch in SV kennt den lieben Oni-Chan Ähm, ja Ja, man Ja Ach Ach Hör mich im Knallen, er sagt, er sagt was perverses und du sagst einfach voll unmotiviert was. Das passt irgendwie nicht zusammen. Menschen verarschen mich, das finde ich nicht nett. Amk, wer ist denn? Amk bitte. Achso. Durchblocken, nice. Richtig nice. Nice. Du seit gestern. Naja Oh, tu es Schon wieder stressen, yeah Ach ja. Oh, ich wollte dir gerade Heal geben. Ähm, weil ich mich gerade versuche zu konzentrieren, egal. Das ist die beste Beleidigung. Arschi. Arschi bald. Ja. Und wie man sieht, ist einer aus dem ersten Let's Play auch wieder dabei. Der liebe Dame44. Kollege Schnürschuh. Tot. Oh, jetzt habe ich Wayne geschrieben, statt Wayne. Du. Du Opfer. Was machst du? Es steht 6 zu 3 für die. Ich glaube, der macht das mittlerweile schon extra. Ich glaube, der macht das mittlerweile schon extra. Ich glaube, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich habe es gesehen. Ja. Ja. Irgendlich kommt wieder Bombe. Ja, Mann. Mittlerweile haben wir es fast kurz vor 10. Ja, weil bei Chaos ist das Aufnahmeprogramm meistens abgekackt, deswegen nehme ich dieses Mal wieder auf. Eigentlich war das ja abgesprochen, dass wir nacheinander immer aufnehmen. Laufschlampe, Lauf! Der Break hat die ganze Zeit schon. Stress ohne Grund. Ach nee. Nicht schon wieder. Ja, nicht mehr. Alter, Chaos, wenn du jetzt verlierst, ne, ich bring dich um. Okay, es steht fest, ich bring dich um. Und ich muss jetzt Ragen wahrscheinlich, weil der ein Breaker dabei hat. Ich hasse Breaker. Solange ich keinen, da passe ich ihm. Wof, wof! Wof, wof! Aua! Alter, wenn ihr mich einmal mit Breaker anhittet, raste ich aus. Ich gib mir Heal. Ich hatte den Heal, weißt du? Ist mir egal. Ein Hit noch. Die hat nämlich einen HP oder so. Nein, du Opfer! Ja, weil ich gerade einen schlechten Lauf habe, ja. Lass mich doch. Ja, wieso lässt du dir das sowas gefallen? Die bummst man weg wie so kleine fickende Frettchen. Wie komme ich denn jetzt darauf? Ich tache, sie wartet, da ihm wartet, wer wartet länger? Ich mache Sachen manchmal da ihm, weil ich einfach so behilfe. Boah, du Opfer, Alter! Ja, nice! Unser Maid schafft das schon. Ach nein, das ist der Wichser mit dem Breaker. Ne, dann ist es King. Er ist ein Busfahrer ohne CS. Das sind alles solche Analratten. Ich hatte gerade so ein schönes Piepen auf dem Ohr. Wo ist das scheiß Ladekabel jetzt? Das hält noch lang genug, dass es jetzt erst mal... Sechs Prozent. Wenn man mich gleich nicht hört, ist mein Headset abgeschmiert. Weil der Akku leer ist. Später vielleicht... Ja, Mann! Ja, ich habe ihn erwischt und ich lebe auch noch. Oh nein! Komm her, du Wichser. Ich brauche eigentlich jetzt nur wegrennen. Null. Jetzt bin ich ein Hund. Egal. Hunde sind toll. Ihr hättet mich hierhin müssen. Hunde sind toll. Boah, nice. Ich habe es gesehen. Es kann aber auch an den Servern liegen. Keiner... Äh, du. Ich wollte gerade sagen, keiner von euch, weil ich gerade geguckt habe und keiner hat gelegt. Leitung of Doom. Stress ohne Grund, nicht Airbrush, Juri, Juxi und alle anderen. 416-er-Miss. Läuft bei dir was los da bei dir? Jetzt ist er 61. Ich wollte gerade healen. Ich wollte gerade healen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade healen. Das ist ein Gez. Das ist ein Gez. Nee, der war ja nicht AFK. King ist AFK, oder was? Alta, der 209 MS, Spasti, der hat jetzt 127. Alter, dat range! Noch? Ja, jetzt nicht mehr. Oder auch nicht. Ach ja. Ach, wir haben schon 10 nach 10. Ich mag den Macht-Dreidegger irgendwie. Itachi the dog. Nein. Ja, Charge war noch nicht voll. Du weißt, dass die das extra machen? Teilweise sind die etwas dumm. Alter! Ich seh nix! Das war voll das Standbild. Mit der 3er-Sieger-Kombi da. Das labern die von den 3ern. Ja, klar. Ja, aber Luz gehört dazu. Ernsthaft? Soll ich dann 2 Runden aufnehmen? Du brauchst einen Hit und der ist tot. Ich bitte dich. Oh. Ja. 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 Hast du. Will DM. Es gibt kein DM. Das möchte ich nicht. GG. So. Ich wechsle mal schnell Char. ADHS. Ja, die haben alle ADHS. War eine lustige Runde. Ja, ja. Ich würde jetzt schreiben, geh kacken, aber das lasse ich lieber. Ich würde jetzt schreiben, geh kacken, aber das lasse ich lieber. Ja. Ähm, ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!